Tja, wir sind jetzt wieder hier, weil ich das Spiel hier speicherte. Äh, nee. Äh, wo war es denn? War denn jetzt einmal das Glöckchen? Moment. Ich habe vergessen, wo das Glöckchen war. Ähm, Steuerung. Kriechen. Oi. Hilft mir. Äh. Es ist so gemeint, dass ich die Letzte suchen. Nee, das ist es nicht. Das Schatten schaffen, das Ducken. Sind unsere Glöckchen überhaupt da? War doch, glaube ich, irgendein... Ah. Gefunden. Wollte schon sagen, so kann es gar nicht sein. Jetzt müssen wir wieder irgendwie an den ganzen Tricksfachen hier vorbeikommen. Äh. Da komme ich hin. Aber hier sind zwei Wochen. Wieso sind hier auf einmal so viele? Ach, du heilige. Weil die sehen sich ja alle gegenseitig. Äh, ich muss wahrscheinlich. Ob der mich sieht, wenn ich jetzt direkt... Könnte er mich gut sehen, ha? Guck mich nicht an. Guck mich nicht an. Guck mich halt nicht sehen. Bin nicht da. Bin nicht da. Sneaken uns in den Wald. Hat sie gesagt. Verstanden. Ja. Und jetzt? Ja. Falsch hast du. Können wir doch nicht einfach das dann da drüber? Ach. Wieso muss ich immer in die doofen Wege gehen? Mal gemein. Dreh dich um. Ah. Das weiß ich doch. Aber ich muss doch hier lang. Ja. Ja. Wie erzählt mir das Spiel das denn zweimal? Die Schattentechnik dauert schon Ewigkeit nicht mehr benutzt. Oh. Ups. Hätte ich es vorausgeharrt. Bin aber nicht töten. Naja. Egal. So viel dazu. Die Leiche verschwinden lassen. Das hab ich grad. Jetzt hab ich gleich. Höchst Probleme. Jetzt muss ich da runter. Okay. Gut, dass wir den Rahmen haben. Ich. 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 Hätt mich schon längst verlaufen. Ich wüsste so überhaupt nicht wo ich hin müsste. Wir kriegen jetzt von Schatten zu Schatten. Wie es Assassinen so machen. Ne. Wir sind jetzt nicht an dem da vorbei. Bei. In dem hell erleuchteten Dreckskack. Typen. Dann muss ich hier sehen. Ich wüsste einen Schatten erschaffen. Das war so klar. Komme ich nicht, oder? Gucken. Das aufweisen sich hier nicht. Zu sehr aus dem Schatten gehe. Aha. Ich. Ich. Seh dich nicht. Und. Ich seh. Auch nicht meinen Weg nach vorne. Ah. Ich brauche nur ein Stückchen Schatten. Nur ein Stückchen. Ha. Ich bin vorbei gesneakt. Ich bin halt voll der Assassine. Ah. Nie entdeckt. Geil. Klänge der Vergangenheit haben wir erhalten. Wegen der Glocke. Ich habe keinen gefunden. Ich habe keinen einzig Sammlerbeck gefunden. Geil. Ich seh schon. Ich werde nur in der Fähigkeit hier rumdümpeln. Und. Einfach nicht vorankommen. Weil ich einfach nur durchsneake und versuche das irgendwie zu überleben. Wow. In einer Höhle tief im Wald. Klingt gut. Ah. Der hat ein Gewehr. Ah ne. Es ist nur ein Bogen. Ah. Es ist noch viel schlimmer. Ah. Als ein Gewehr. Ein Bogen ist herabartig. Bleibt ihr denn auf der Stelle? Der Glück. Eine Kugel des Lichts. Und. Stehe ich nicht. Die da hinten? Die da hinten? Mh. Wir können hier kaum jemanden töten. Aufgrund der Tatsache, dass da oben der Bogenschütze uns hundert pro sieht. Können wir hier irgendjemanden töten? Mh. 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 Wund ich bitte wieder umdrehen. Mh. 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 Da wächst mir hier Bambus im Weg. Nee, auch gut. Der Speicher ist, glaube ich, gerade. Ort kommt mir bekannt vor. Da drüben ist so eine Kugel. Wo kommt mir der Ort nicht bekannt vor? Da wäre ich schon gleich weg. Ach man, wie komme ich jetzt da rüber? Ich nehme mal den langen Weg. Ich hätte mich wieder gekürzt. Ach, toll. Ich gehe jetzt zu zweit da oben. Den dürften sie ja eigentlich nicht finden, ne? Ups. Ist der jetzt runtergefallen? Hätten sie ihn schon finden können? Ich muss ihn mal schnell verschwinden lassen. Äh, ich gucke jetzt wieder hoch. Ach, Mann. Gucken, ob es hier oben irgendwie lang geht. Wo ist denn der da rüber? Boom. Von Schatten zu Schatten. Kann man ganz einfach machen. Könnt ihr denn jetzt nicht mal nicht so oft umdrehen? Das ist irgendwie wahnsinnig. Könntest du dich mal so umdrehen, dass du mich nicht siehst? Kenne ich dich gleich, weil du mich so nervst. Schatten? Mir fällt das doch 100% auf, finde ich jetzt. Und tschüss. Ach, da drüben ist auch noch so eine Kackdreckskugel. Da muss ich bestimmt beide ausschalten. Hier ist nix seltsam. Ist gut. Ich versuch's jetzt einfach. Hm, hat funktioniert. Ich glaube, einmal kriege ich noch ein Attentat hin. Okay, ich glaube, das war's jetzt. Ich brauche dann nämlich wieder ein Tempel. Finde den Tal. Lilies, Mann. Kackecke. Das ist doch viel schöner hier. Woher bin ich jetzt gelandet? So, jetzt sind wir, glaube ich, hier in der Nähe der Höhle. Oder wir sind in der Höhle. Ah, da. Voll nicht gesehen. Eine Puppe. Also, wir sind in der Höhle. Kannste, wenn du, glaube ich, wenn du. Ein Partner, wie ist sicher? Ja. Egal aus demasierenden Weg. Den Knie ent spiritually hat sich das Leben gezeigt. Wohl wahrlich, wenn die Menschen mir bist. Sie haben auch viel zu tun. Ja. Wohl ich auch! Ich bin der Nixle. Wolle z'Iamen. Wolle z'Iamen. Eino. Wolle z'Iamen. Wolle z'Iamen. Wolle z'Iamen. So, dann haben wir jetzt einen weiteren Tagesmann. Aber er hat recht, ne? Es sind viel zu viele Wachen. Ah, toll. Sind hier lang. Ich hab' als Kind mehr gewogen als du jetzt. Das hat sie nicht gesagt. Wer das jetzt? Und ich zieh' mich weit rechts halt, ne? Ich frage es, ob da wieder so'ne dreckige Barriere ist. Was? Das möchte ich nie kriegen. Lalalalala. Du hast mich nicht gesehen. Ah, fuck. Ich sag' mal, ich da hochkommen. Komm' ich da hoch? Nani? Komm' ich da hoch? Nani? Kann ich jetzt nicht anfangen, alles umzubringen? Ist da hinter? Komm' ich da hin? Waaat? Waaat? Such' aber da hin. Ach man. Ach man. Spielen will mich schon wieder. Will mir eine Mitteilung machen. Hat nirgends hin. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn dem Burgenschitz vorbei? Waren wir schon an einem Altar? Ich glaube, ich muss nur noch ein paar Leichen verschwinden lassen. Ähm. Ich check' jetzt irgendwie nicht ganz, wo ich langs hole. Ich muss mich mehr ducken. Warum sehen die mich immer so schnell? Schön, okay. Und weg mit dir. Hat keiner gesehen. Das Gefühl irgendwie. Ach, ich muss da rüber. Oh, das ist ja voll die falsche Seite. Ähm. Hm. Natürlich nicht. Oh, hier steht einer. Ups. Das hat mir aber keiner gesagt. Ah, hier ist ja alles voll. Hier ist ja alles voll mit denen. Wo kann ich denn da hinkommen? Das ist voll die Lichtbarriere. Die aktive Lichtbarriere, ja. Du Eumel. Wie? Hm. Toll. Oh, hier ist eine Collectible. Oh, hier ist eine Collectible. Und was mache ich jetzt hier? Ich bin jetzt irgendwie irgendwo gelandet. Ich bin jetzt irgendwie im Untergrund. Versteh ich nicht. Hoch. 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 Ah. An der Ecke. Wieso leuchtet das hier so blau, wenn hier nichts ist? Schnell sein. Ich habe nichts gesehen. Oft kann ich das nicht mehr machen. Wie komme ich? 37 Meter, äh 36 Meter. Ist ja nicht gerade drin, ne? Gefühlt. Kommt man da aber auch nicht anders rein, ne? War doch gerade da drin, ne? Steck mir hier im Busch. Busch, Busch, Busch. Das ist ja jetzt gemein. Eine Stelle zu erwischen. Vielleicht bin ich falsch abgebogen. Wir haben noch neun Meter. Dann fällen wir uns wieder davon weg. Es ist oben? Über uns? Es ist oben. Ich sehe, ich werde irgendwie in der Treppe dabei. Es ist nix. Welche Sparrieren gibt es denn hier? Ich habe die vage Vermutung. Hat was mit dieser Burg zu tun? Ach, hier ist eine Treppe. Wollte ich gesehen. Ah, hier hat es geleuchtet. Hier ist die Brücke herab. Okay, machen wir das. Das ist ja herablassen. Geht einfach hier raus. Schneller. So. Ich bin ein Schneeke Escherchen. Ach ja, ich muss ja da hoch. Ups. Ich bin jetzt gelandet. Das war nicht so gut. Ich muss wieder da hoch. Ah. Ich war ja übel aufpassen, dass du dich nicht mal irgendwo schnell festpackst. Bin ich da? War doch da. Ja. Ich weiß mir aber wenigstens, wo ich hin muss. Ja. Ja. Ja.